Hallo Freunde und herzlich willkommen zu The Moment of Silence. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind an Seti angekommen und da können wir jetzt anscheinend reingehen. Und da können wir wieder wegfahren. Wobei, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da wirklich wegfahren können oder ob es da einfach nur wieder zum Flughafen geht. Wir gehen jetzt erstmal rein hier. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Nein, mit dir kann man auch nicht reden. Das ist die Mars-Oberfläche. Ich glaube, das Foto stammt von der Mission Anfang des Jahrhunderts. Okay. Da haben wir noch ein Verbotsschild. Da dürfen wir anscheinend nicht hoch. Kein Zutritt für Unbefugte. Dann reden wir mal mit Dr. Bryce. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Peter Wright. Ich hätte ein paar Fragen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, natürlich. Ich bin Dr. Bryce. Freut mich, Mr. Wright. Ähm... Zu Seti erstmal? Ich hätte ein paar Fragen zum Seti. Oh, natürlich, natürlich. Das trifft sich gut. Wie finanziert sich dieses Institut? Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht von einer Fördermittelbehörde sind? Ganz sicher. Ich frage mich nur, wie Sie eine solche Anlage unterhalten. Ich meine, die Geräte sind riesig und... Das seht ihr, wirtschaftet ja vermutlich keinen Gewinn. Wissen Sie, Erkenntnisgewinn ist tausendmal bedeutsamer als Geldgewinn. Und wir haben das Glück, dass einige Großunternehmen, die mehrheitlich der Regierung unterstellt sind, unser Vorhaben maßgeblich unterstützen. Wir haben vor etwa 20 Jahren eine komplett neue Computervernetzung und völlig neue Hardware erhalten. Seitdem werden wir regelmäßig mit Updates auf dem neuesten Stand gehalten. Es ist wirklich großzügig. Welche Unternehmen sind das? Oh, alles, was Rang und Namen hat. Die Cubicam, das Luna 5 Konsortium, der United Bank Trust, die Cargo Services, die United Communication Services. Donnerwetter. Das sind ja wirklich die größten der großen. Was versprechen sich diese Unternehmen von der Beteiligung am Seti-Programm? Sie missgönnen uns die Unterstützung unserer Arbeit? Nein, absolut nicht. Ich frage mich nur, welches Interesse diese Unternehmen an den Ergebnissen haben könnten. Sie unterstützen uns, weil sie die Idee der freien Forschung gutheißen. Das wäre sicher schön. Aber ich glaube, Unternehmen haben immer einen Grund, der Geld wert ist oder einen strategischen Vorteil. Meistens, ja. Vielleicht erhoffen sie sich einen Werbeeffekt vom Einsatz ihrer Produkte. Für uns ist das einerlei. Für uns ist die Hauptsache, dass wir hier unsere Arbeit tun können. Was bedeutet regelmäßige Updates? Das bedeutet, dass alle paar Monate Techniker vorbeikommen, die eine Woche lang unser System durchchecken. Die gesamte Paraboleinheit wird inzwischen automatisch auf Lauschsektoren programmiert. Wir geben den Programmierern nur noch die Datensätze und die binden sie dann in die GlobalNet-Konsole ein. Alles andere geht dann automatisch. Also brauchen sie selbst gar nichts mehr in den Computer einzugehen, richtig? Richtig. Wir filtern nur noch die Ergebnisse. Die Anlage arbeitet zwar nach unseren Vorgaben, aber ansonsten völlig autonom. Das ist enorm praktisch und minimiert unsere Fehlerquote quasi auf Null. Sie beschäftigen also ja gar keine eigenen Techniker mehr? Nein, keinen einzigen. Wir sind ganz froh, dass wir mit der Technik nichts mehr zu tun haben, wissen Sie? Hm. Ich habe erst kürzlich einen Mann deswegen abweisen müssen. Unsere Anlagen sind höchst empfindlich und nur Spezialisten dürfen in die Hardware räumen. Und Sie selbst sind auch nicht dabei? Nein, ich kenne mich mit der Technik da oben auch nicht mehr richtig aus. Die Fortschritte sind einfach zu immens, um Sie noch zu überblicken. Uns interessieren aber auch nur die Ergebnisse und die sind erstklassig. Irgendwie finde ich das äußerst verdächtig. Darf ich noch etwas? Da wäre noch... Wozu dient diese Anlage? Was? Wie meinen Sie das? Ist das so eine Art Kontrollfrage? Sind Sie von der Abteilung der Kontrolle von Forschungsfördermitteln? Wir haben erst letztes Jahr fünf Stellen abbauen müssen und ich werde mich höchstpersönlich vor dem Portal anketten, wenn Sie... Nein, ich frage das wirklich aus reinem Interesse als Besucher. Oh, natürlich. Sie sind Besucher? Das ist interessant. Sicher, also... Was denn? Ich hatte Sie etwas gefragt. Oh, richtig. Das SETI. Sie müssen entschuldigen, aber oben werden gerade die Computer gewartet und da bin ich immer sehr nervös. Also noch nervöser, als ich es normalerweise bin. Also, äh, wo war ich? Das SETI. Äh, ja, natürlich. Das SETI untersucht den Weltraum auf möglicherweise bestehende Signalübertragungen außerirdischer Intelligenzen und Zivilisationen. Wir richten unser Radioteleskop auf bestimmte aussichtsreiche Himmelsausschnitte und werten die Signale auf Regelmäßigkeiten oder Muster hin aus. Im Übrigen trinken wir Kaffee. Viel Kaffee. Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sollten das vielleicht einschränken. Die Nervosität, Sie wissen schon. Oh, Sie, äh, haben Sie es bemerkt, ja? Äh, ja. Ist ja nicht wirklich zu... übersehen. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Oh, wir finden pro Monat mindestens 1000 extrem aussichtsreiche Signale. Viele davon sind so komplex strukturiert, dass wir Monate mit der Analyse zubringen. Und ist dabei jemals etwas herausgekommen? Das wissen wir nicht. Was soll das heißen, Sie wissen es nicht? Nun, wir können nicht sicher sein, dass die Signale, die wir auffangen, Signale sind. Selbst die Hintergrundstrahlung des Weltraums könnte einen Code enthalten, den wir als Rauschen nur missverstehen, weil wir einfach nicht über die Analysemethoden verfügen, ihn zu dechiffrieren. Aber wir horchen nicht nur, verstehen Sie? Wir senden auch selbst ein Signal. Es enthält grundlegende Informationen über die Menschheit in einer logisch aufgebauten Sequenz. Aber geantwortet hat noch niemand, oder? Nein, wenn wir Glück haben, können wir schon in ein paar hunderttausend Jahren mit einer Antwort rechnen. Glauben Sie selbst denn an Aliens? Glauben? Das fragen Sie mich? Glauben! Wo denken Sie hin? Oh, also nicht? Ich glaube nicht, mein Freund. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie sind bereits unter uns. Sie schwärmen aus, jeden Tag, und untersuchen unseren Planeten. Ach was, das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Wie kommen Sie denn auf solche Dinge? Ich habe selbst eines der UFOs gesehen. Okay. Nachts vor einem Fenster meines Nachbarhauses. Leider... Hatten Sie keine Kamera zur Hand? Genau. Woher wissen Sie das? Intuition. Wissen Sie, das UFO hat auch ein rotes Licht angestrahlt. Ein durchdringendes rotes Licht. Ich denke, die Aufnahme wäre ohnehin nichts geworden. Und soll ich Ihnen was sagen? Mein Nachbar ist nach dem Auftauchen des UFOs verschwunden. Einfach verschwunden. Ich vermute, Sie haben ihn mitgenommen, um seine Anatomie zu erforschen. Und ihn mit Gemüse zu kreuzen. Auch das kann man nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit ausschließen. Okay. Darf ich noch? Da wäre noch... Ähm, Besucher... Das machen wir als letztes, glaube ich. Gehen wir erstmal auf die persönlichen Fragen. Ich habe eine Frage an Sie persönlich. An mich? Oh, wenn Sie meinen. Was genau tun Sie hier? Ich arbeite hier. Sie wissen schon. Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Nun, genauer gesagt, ich arbeite hier eigentlich nicht, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wobei, das natürlich auch, aber nicht nur. Nicht einmal hauptsächlich, sondern in zweiter Linie. Sekundär. Versteht Sie? Ja, ich denke schon. Sie meinen, Sie machen das hier aus Leidenschaft? Das verstanden habe ich schon, aber er sollte wirklich ein oder zwei Kannen Kaffee weniger trinken. Wie kommt man zu einem solchen Job? Wie man zu einem solchen Job kommt? Oh, das ist eigentlich, eigentlich für ganz einfach. Sie brauchen Bestnoten in sämtlichen mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Einen Intelligenzquotienten von 130 oder höher, wenig soziale Kontakte und einen Computer. Teilweise könnte ich damit dienen, glaube ich. Sie meinen naturwissenschaftliche Spitzenqualifikation. Eher wenig soziale Kontakte und Computer. Nun, das ist ein erster Schritt. Es war ein Scherz in Ordnung. Oh, oh, jetzt verstehe ich. Das ist wirklich sehr amüsant. Ist schon gut, vergessen Sie es. Sagen Sie, Sie haben nicht zufällig schon mal vom Alien Attack Club in New York gehört, oder? Oh, doch, natürlich. Das sind ganz besonders begabte junge Männer. Sie haben schon mehrere Hackerangriffe auf unser Teleskop unternommen, soviel ich weiß. Sehr versierte und professionelle Arbeit. Wir haben sie erst an der inneren Firewall aufgespürt. Das ist ja interessant. Und? Haben Sie die Jungs nicht angezeigt? Ich? Aber woher denn? Das sind echte Fans unserer Arbeit. Bewundernswert. Wäre ich zehn Jahre jünger, ich würde mit ihnen gemeinsam... Straftaten begehen. Okay. Darf ich noch... Komm mal zu dem Besucher. Ich hätte eine Frage zu einem Besucher. Er muss vor einigen Tagen hier gewesen sein. Ein gewisser Graham Oswald. Er ist Journalist. Oswald? Nein, nie gehört. Ich habe ein Bild von ihm dabei. Es wurde hier beim SETI aufgenommen. Vor Ihrem Parabolspiegel. Sehen Sie. Oh, ja, der Mann. Ich erinnere mich. Okay, sehr schön. Aber er hieß nicht Oswald. Er sagte, sein Name sei Drake. Das wissen Sie noch? Nun, sicher. Es ist zufällig der gleiche Name, den auch unser Drake hier vom SETI trug. Verstehen Sie? Ein wichtiger Forscher aus dem vergangenen Jahrtausend. Ich fragte den Mann noch, ob er vielleicht mit ihm verwandt sei. Das war er aber nicht. Er hat ihn einen falschen Namen genannt. Er heißt definitiv Oswald. Gut. Das Bild müssen wir also definitiv nicht mehr zeigen. Was wollte er hier? Wissen Sie das? Nun, Sie werden lachen. Er wollte unbedingt rauf in den Computerraum. Aber nachdem wir auch da schon die Techniker da hatten, habe ich ihn natürlich nicht gelassen. Er war mächtig enttäuscht. Ich habe ihm dann eine Führung über das Gelände angeboten, damit er den Weg nicht umsonst gekommen ist. Und? Hat er akzeptiert? Tja, wissen Sie, es war schon ein bisschen merkwürdig. Wir standen zusammen draußen beim Parabolspiegel. Und ich erzählte ihm von den technischen Einzelheiten. Und plötzlich stand er nicht mehr neben mir. Und wohin ist er dann gegangen? Haben Sie sich später wiedergefunden? Nein, er war plötzlich weg. Einfach verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich noch allein vor mich hingeredet habe. Okay. Und dann war er weg. Aber er ist ja wieder zurückgekommen. Er ist wahrscheinlich nach oben geschlichen zu den Computerräumen. Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen an ihm? Er sah irgendwie alarmiert aus. Alarmiert. Wie meinen Sie das? Hektisch, nervös, blass. Als hätte er etwas Schlimmes gehört oder gesehen. Sie können sich aber nicht vorstellen, was das vielleicht gewesen sein könnte? Nein, leider nein. Er war eben ziemlich durcheinander. Und dann hat er noch seine Tasche vergessen. Oh. Was? Er hat seine Tasche vergessen? Wo ist sie? Drüben im Souvenirshop. Paul hat sie in Verwahrung. Ich bin ein Freund der Familie. Ich bringe seiner Frau die Tasche zurück, okay? Ein Freund? Ja, ein Freund. Wir sind Nachbarn. Sie können seine Frau fragen, wenn Sie wollen. Soll ich Ihnen die Messenger-Nummer geben? Oh, nein, das geht schon in Ordnung. Gehen Sie nur rüber. Ich sage Paul Bescheid. Okay. Das könnte jetzt wichtig sein. Darf ich? Okay, dann sind wir jetzt sehr fertig. Vielen Dank erstmal, Doktor. Keine Ursache. Der ist rausgegangen, hat ihn quasi reden lassen und ist dann wahrscheinlich nach oben geschlichen. Faszinierend. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Sieht mir eher wie eine Galaxis aus. Ei, 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 ei. Wow, was könnte das sein? Vielleicht eine Supernova. Das sieht bedrohlich aus. Faszinierend. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. So ein Ding wird mir auch gefallen. So ein Bild. Und da kamen wir, glaube ich. Da können wir rausgehen. Infotafel, hört sich gut an. Hier stehen ein paar Hintergrundinformationen zum City. Das Institut besteht aus der Lauschanlage, dem Ausstellungsgebäude und dem Observatorium für Kinder. Gehen wir mal raus. Ich weiß nicht, wo dieses Souvenirladen ist. Vielleicht ist der da hinten. Ah, das ist das Observatorium. Stahltür, okay. Da scheint es nicht lang zu gehen. Dann schauen wir uns mal erstmal die Stahltür an. Oh, Moment. Da haben wir den Parallel. Damit hört man alles. Die Schüssel. Damit hört man einfach gigantisch, diese Anlage. Wirklich beeindruckend. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich finde die auf jeden Fall auch beeindruckend. Und ist das da ein Weg, wo man da langlaufen kann? Aber wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit. Ich nehme an, dass wir kommen, wenn wir hier reingehen. Können wir hier auf das Ding raufgehen. Eine rätselhafte Tür. Vermutlich liegt dahinter ein Schaltraum für die Parabolanlage. Hier steht Zutritt verboten. Und wir kommen da auch nicht rein. Naja. War ja auch klar. Da haben wir das Observatorium. Dann gehen wir mal da hin. Ah, da ist der Souvenir-Shop. Ah. Wow. Lebensgroße Alien-Puppen. Nicht ganz mein Geschmack. Der hat da wahrscheinlich auch die Puppe her, oder? Nee, ist gar nicht von Alien Attack. Eventuell. Ein Fotoautomat aus den Zwanzigern, würde ich sagen. Ich weiß noch, mit Patrick habe ich öfter mal Fotos in diesen Dingern gemacht. Können wir aber nichts machen. Und wir haben ja auch kein Geld hier. Das ist nur die Tür. Ähm. Nö, da scheint nichts weiter zu sein. Oh. Okay, da geht's doch noch weiter. Da ist die Stahltür. Ähm. Ja doch. Lass uns mal ganz kurz nach da hinten gehen. Was wir da noch alles finden. Da geht's raus in den Hinterhof. Ah, okay. Jetzt kommen wir da raus. Alles klar. Dann gehen wir mal in den Souvenir-Shop, hätte ich gesagt. Wenn die... Ja, wenn die Figur mich denn auch lässt. So, jetzt. Sehr charmant, Paul. Hm. Sehr freundlich. Aber immerhin da ist sie, die Tasche. Okay. Der hat jetzt die Tür aufgemacht. Ich meine, der Laden muss offen haben. Da müssen ja auch die Leute. Statt was da reinkommen, wird uns die Tür... Äh, die Tasche entgegengeworfen. Der Verkäufer sieht schwer beschäftigt aus. Ich denke, ich lasse ihn weiterarbeiten. Ich will da drin sowieso nichts kaufen. Scheint geschlossen. Scheint geschlossen zu sein, obwohl da Leute sind. Na gut. Äh, schauen wir mal, was ist in der Tasche drin? Mal sehen. Er hatte wirklich merkwürdiges Zeug mit. Nadel und Faden, ein Messer und eine... Ich glaube, das ist eine alte Videokamera. Ja. Ein Messer. Ziemlich scharf. Wieso hatte Mr. Oswald ein Messer dabei? Er hatte vermutlich ziemliche Angst. Wo habe ich nur dieses Garn schon mal gesehen? Ich habe irgendwas in der Hand gehabt, das damit genäht war. Das ist die Puppe, die... Ein umwerfend hässlicher Alien. Mist. Wieder auf den Desktop geraten. Wo hat sein Vater die wohl her? Was ist genäht worden damit? Ne, das geht nicht. Ich würde gerade immer überlegen. Etwas ist genäht worden mit diesem Garn. Das müsste doch dann eher von Tommy was gewesen sein oder sowas. Dass er, äh, dass der Vater was damit genäht hat. Hatten wir irgendwas? Wir hatten das Spielzeug. Das haben wir umgetauscht. Ne. Da könnte man höchstens... Der Teddy! Der Teddy, der war bestimmt kaputt und wurde damit genäht. Wo habe ich nur... Ich habe irgendwas... Genau. Da ist bestimmt irgendwas drin versteckt. Okay, können wir damit was machen? Ah. Kann hier wieder rausgehen, ganz normal. Er sagt nichts dazu, aber ich kann anscheinend auch nichts anklicken. Müsste man vielleicht irgendwie wo anschließen. Am Fernseher oder so zum Beispiel. Ja, gut. Das ist ihr Draht. Ja, okay. Dann sind wir wohl erstmal hier fertig. Und gehen ins Observatorium rein. Ansonsten, hm. Rufen wir wahrscheinlich Deborah nochmal an und fragen wegen den Teddy. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es der Teddy gewesen ist. Na gut. Schauen wir mal weiter in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.